A2.0 Die nebenstehende Zeichnung zeigt das Vierk ABCD. Es gilt, AB sind 7,8, AD 5,2, BC 8,6 cm. Winkel BAD sind 90 Grad und Winkel CBA sind 70 Grad. Runden Sie im Folgenden auf eine Stelle nach dem Komma. Am besten gleich markieren, eine Stelle nach dem Komma soll gerundet werden. A2.1 berechnen Sie die Länge der diagonalen BD und den Flächeninhalter A des Dreiecks BCD. Und ein paar Teilergebnisse sind schon gegeben, nämlich die Länge der Strecke BD und der Flächeninhalter A mit 23,9 cm². Als erstes würde ich empfehlen, alle Eingaben in dieses Vierk einzuzeichnen. Wir haben AB mit 7,8 cm. Wir haben AD mit 5,2 cm. Wir haben BC mit 8,6. Zusätzlich wissen wir, der Winkel BAD sind 90 Grad. Der 90 Grad Winkel ist hier unten schon markiert. Und CBA sind 70 Grad. So, nächster Schritt. Was ist gesucht? Berechnen Sie die Länge der diagonalen BD. Schauen wir uns das an. Die BD liegt hier. Und als erstes gilt, berechnen heißt, Dreiecke suchen, wo diese Strecke BD drin liegt. Ich habe jetzt hier gleich das Dreieck ABD genommen. Warum? Dieses Dreieck ABD ist rechtwinklig. Also das wäre so die nächste Frage. Ist es rechtwinklig oder nein? Wenn es rechtwinklig ist, funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und der Satz des Pythagoras. Also einen von diesen vier können wir auf jeden Fall benutzen. Was haben wir alles gegeben? Was ist gesucht? Wir kennen zwei Strecken, nämlich AB und AD. Eine dritte Strecke ist gesucht. Und wenn zwei Strecken gegeben und die dritte Strecke gesucht ist, ist es eigentlich immer der Pythagoras. Also für die Länge der Strecke BD gilt, BD Quadrat, BD ist die längste Strecke in diesem Dreieck, also ist die Hypotenuse, ist gleich Kathete Quadrat plus Kathete Quadrat. Also kurze Seite zum Quadrat plus kurze Seite zum Quadrat. Dann setzen wir ein, BD wollen wir herausfinden. A, B Quadrat sind 7,8 zum Quadrat plus 5,2 zum Quadrat. Ja, Quatsch, die Wurzel kommt erst im nächsten Schritt. So, entweder kann man das jetzt mit dem Soll verlösen oder aber, ich habe es ja gerade schon angedeutet, mit Hilfe der Wurzel. Und dann folgt daraus BD ist gleich Wurzel aus 7,8 Quadrat plus 5,2 Quadrat, das kann jetzt jeder Taschenrechner lösen, ist gleich die hier angegebenen 9,4 Zentimeter. Ich schreibe es vielleicht nicht jeder zu, oder Solver, je nachdem welches Taschenrechnermodell man benutzt. So, zweiter Teil, wir brauchen den Flächeninhalt A des Dreiecks B, C, D. So, hier oben liegt das Dreieck B, C, D. Überlegen, welche Flächenformen für Dreiecke gibt es. Da haben wir 1,5 mal Grundseite mal Höhe. 1,5 mal Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Und dann über die Determinante, da die aber nun im Koordinatensystem funktioniert, können wir die getrost lecklasten. Es bleiben also noch diese zwei Formeln übrig. Schauen wir uns an, welche könnte funktionieren. 1,5 mal Grundseite mal Höhe. Eher nicht, weil Grundseite könnte man vielleicht die BD benutzen oder die BC, die sind ja beide bekannt. Aber wir haben keine Höhe dazu. Müssten wir erst berechnen. 1,5 mal Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Wir kennen die BD mit 9,4. Die kann ich eigentlich auch schon eintragen hier. Und wir kennen die BC mit 8,6. Also können wir sagen, 1,5 mal die Seite BD mal die Seite BC mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Und der eingeschlossene Winkel ist der da, also der CBD. Den kennen wir jetzt allerdings noch nicht. Also muss man auch hier irgendwas berechnen. So, überlegen wir mal, wie kommen wir auf diesen Winkel. Der Winkel liegt im Dreieck BCD drin. Wir kennen die BC, wir kennen die BD, aber mehr ist uns nicht bekannt. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig, also würden nur Sinus-Satz und Kosinus-Satz funktionieren. Für diese beiden Sätze fehlt uns entweder die Strecke DC oder ein zusätzlicher Winkel. So, wenn in dem Dreieck selbst nichts funktioniert, müssen wir das Dreieck wechseln und gucken, ob wir in einem anderen Dreieck was rechnen können. Wenn ich jetzt hier diesen Punkt mal ausnahmsweise M nennen würde, hätte ich noch das Dreieck BEM, aber das scheidet auch aus, weil da kenne ich ja noch weniger. Da kenne ich im Prinzip gar nichts. So, nächste Möglichkeit ist, ich kenne hier unten den 70 Grad Winkel. Als wäre der gesuchte Winkel CBD doch nichts anderes als 70 Grad minus dieser Nebenwinkel dazu. Wenn ich den jetzt berechnen könnte, diesen Winkel hier, dann kann ich ja über 70 Grad minus diesen Winkel unseren gesuchten CBD berechnen. So, wo liegt dieser Nebenwinkel drin? Der liegt im Dreieck ABD und in diesem Dreieck, das ist rechtwinklig, also funktionieren Sinus, Kosinus und Tangens und auch der Pythagoras. Wir suchen aber allerdings nach einem Winkel, also Pythagoras können wir schon mal ausklammern. Da wir alle drei Streckenlängen kennen, sowohl der Hypotheanuse als auch bei der Katheten, würde im Prinzip jeder Satz funktionieren, also Sinus, Kosinus oder Tangens. Kann man sich einen beliebigen aussuchen. Ich benutze jetzt spaßeshalber den Tangens. Tangens des Winkels ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Wenn hier der Winkel ist, liegt gegenüber die Gegenkathete, also das ist 5,2, die Strecke AD und die Strecke AB mit 7,8 wäre die Ankathete. So, dann fangen wir mal an zu rechnen. Also, wir wollen den Flächeninhalt A des Dreiecks BCD berechnen. Wir haben herausgefunden, wir brauchen die Flächenformel 0,5 mal Seite, nennen wir die BD, mal zweite Seite, nennen wir die BC, mal Sinus des eingeschlossenen Winkels und das war der Winkel CBD. Wir haben erkannt, den Winkel CBD kennen wir noch nicht, also müssen wir den doch erst berechnen. Und da haben wir herausgefunden, den kann man berechnen über 70 Grad minus des Nebenwinkels als der Winkel DBA. So, dann haben wir weiter gesehen. Der Winkel DBA lässt sich berechnen über, ja, ich mache hier immer so Aufzählungspunkte und hier den Pfeil. So, wie gesagt, man kann Sinuskoschen und Tangens benutzen. Ich wollte den Tangens ansetzen, also Tangens von Winkel DBA ist gleich so. So, und jetzt Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete war die Strecke AD und die Ankathete war die Strecke AB. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Tangens von DBA ist gleich, AD waren 5,2, AB waren 7,8. So, das musst du jetzt auflösen. Wer wieder den Säuber zur Verfügung hat, kann natürlich den gerne nehmen. Oder wir benutzen einfach hier die Umkehrfunktion, also Tangens hoch minus 1 von 5,2 durch 7,8. Das kann jetzt für jeder Taschenrechner rechnen. Und das ergibt einen Winkel von 33,7 Grad. Ja, Achtung auf eine Nachkommastelle unten. So, und jetzt einfach wieder in die vorhergehenden Schritten einsetzen. Der Winkel CBD ist dann demnach 70 Grad minus 33,7 Grad und damit 36,3 Grad groß. Damit haben wir alles für unseren Flächenhalt. Also Flächenhalt des Dreiecks BCD ist gleich 0,5 mal die Länge der Strecke BD, die haben wir gerade eben ausgerechnet. Steht auch im Zwischenergebnis, also mal 9,4 mal die Strecke BC steht in der Angabe mit 8,6 mal Sinus von 36,3 Grad. Das tippen wir zum Taschenrechner ein. Und dann kommen die geforderten 23,9 Quadratzentimeter raus.